Was bisher geschah. Und so geht's weiter. Ja, ja, ich geh schon. Ich kann das Geschrei hier nicht mehr ab. Ich bin ihn jetzt am preisen, ich geh da hin. Jetzt muss ich mich wieder mit Lesen beeilen. So, der Baron sagt, der letzte Teil des Urkraftsteins wäre in meinem Auge. Northcrest ist noch übler als seine Stadt. Bruder gegen Bruder offenbart Orion Aldous doch einen Plan. Falls er wirklich einen mit der gegen die Schwermund gewonnen hat, muss das etwas mit der Urkraft in Ehren zu tun haben. Und falls Orion versucht, damit die Stadt zu heilen, beschwört er etwas weiter aus Schlimmeres herauf. Das war gut. Ich glaube, ich habe das noch nie geschafft. Die verborgene Stadt. Weißt du, dass die verborgene Stadt und das alles hier schon wieder so aussieht, als ob wir gleich gleich Gommelums begegnen würden? Mhm, definitiv. Definitiv klingt das danach. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden? Dann wohl in Rätseln. Wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden. Sie hat mich nie dazu gebraucht. Hm. Weiß ich nicht. Ich kenne die Geschichte von Viv ehrlich gesagt nicht so richtig. Wir müssen da lang, aber hier geht es auch lang. Ich bin neugierig. Ah, Moment. Ich muss mir mal kurz kratzen am Ellbogen. Äh. So schön. Okay. Ich bin... Da ist auf jeden Fall eine Leiche. So. Hier geht es runter, nehme ich an. Kann es sein, dass es hier sehr viele Wege gibt, da hinzukommen? Ich finde den hier ehrlich gesagt ganz schön. Hätte wahrscheinlich auch unten lang gehen können. Das wäre vielleicht noch ein Tick einfacher gewesen. Oh. Hello. Weißt du was? Machen wir das doch einfach. Wir gehen doch einfach mal unten lang. Das ist natürlich auch sehr lecker, dieser Leichenberg. So. Wo haben wir denn... Wo gehen wir denn hier lang? Ich habe Angst eigentlich, umso weiter unten ich lang gehe, umso mehr Viechern könnte ich begegnen. Oh. Gott. Im Himmel. Okay. Ich glaube, hier geht es nicht weiter lang. War das nicht ein Götze? Wieso ist denn der hier unten? Egal. Nicht mein Problem. Hier war eh nur eine Bume. Eine kleine Blume. Gut. Dann gehen wir da doch lang, was ich hier gerade gesehen habe. Sehe ich da Gold? Oh. Fast übersehen. Kannst du mal? Ha? Bin doch aufmerksamer, als es scheint. Und da hoch. Bitte Dankeschön. So. Ich schätze mal nicht, dass ich das Feuer mit einem Wasserfall auskriege. Ich bezweifle. Komme ich hier sonst irgendwo lang? Oh. Oh. Nee, 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 nee. Ich gehe mal runter. Hier wird er mich ja nicht verfolgen. Hm. Warte mal. Auf der anderen Seite gab es ja auch noch einen kleinen Weg. Ich fürchte aber fast, dass der nicht viel besser sein wird, als der hier. Ich würde es trotzdem gerne probieren. Einfach so aus Jux. Wahrscheinlich steht gleich eine Wache vor mir. Das wäre sehr schön. Klar? Okay. Niemand kümmert sich um mich. Ich speicher kurz. Keiner hier. Der rücken weh. Dürfte eigentlich keiner hören. Habe ich was für geskillt? Holy shit. Hier sind echt viele Wachen. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Äh, ich auch, aber... Kann ich dich ausmachen? Ja, der Wind, Freunde. Der Wind, der Wind. Ich glaube, da ist noch ein Vogel. Kommt der jetzt zu mir? Macht das scheiß Licht wieder an. Gott damit. Niemand. Niemand. Wie soll ich denn da langkommen, wenn die alle... Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Fragezeichen. Muss ich da doch links lang? Hm. Okay. Probieren wir es nochmal auf der Seite. Ich bin sonst echt überfragt. Und ich muckse einfach einen nach dem anderen ab. Ganz slowly. Ganz steadily. Ich habe natürlich jetzt keine Feine. Oh. Ich hätte noch Feine bauen sollen. Ich hätte doch nochmal zum Händler gehen sollen. Ich Idiot. Nein. Niemand. Ah ah. Ah ah. Ich nicht. Ich nicht. Gar nicht hier. Nö. Ich... Oh Gott. Das hat gut geklappt. Besser als erwartet. Oh. Gehe ich gerade vom Ziel eigentlich weg? Irgendwie schon, ne? Hm. Wo muss ich hier lang? Muss ich dem Glühmüll zwergen? Wo geht's da eigentlich lang? Oh, da ist glaube ich nur eine Kiste. Die hole ich mir schnell. Ich versuche gerade im Hintergrund zu hören, was die da labern, aber... Wahrscheinlich eh immer nur derselbe Scheiß. Oh, Essen. Oh, das Essen ist gut. Das finde ich gut. So. Frisch getankt. Oh, dagegen hätte ich was. Ja. Dreh dich bloß nicht um. Jejeje. Scheißvögel. Habt ihr davon? Drecksviecher. Hat euch das ganze Schreien nix gebracht. Mist. Viecher. So. Wir speichern mal, weil das so absolut fantastisch lief. Ich hab das Gefühl... Nee, doch nicht. Sah aus wie ein Seilfall, den ich hätte da und so. Ach, hier. Hier hab ich hochgeguckt. Ich glaub ich ja. Okay. Da hätte ich wahrscheinlich so lang gekonnt, genau. Ich bin aber ein wenig sneakier da langgekommen. Und dann kann ich hoch. Hört auf zu labern. Scheißvögel. So. Ich folge einfach mal den Blümchen hier. Die werden mir schon einen richtigen Weg zeigen. Wahrscheinlich nur einen Weg, aber... Weg ist ein Weg. Wie komme ich denn da hin? Ah. Uh. Noch mehr essen. Yay. Gib mir all das. Ist hier noch irgendwas, was ich hier irgendwie... Oh Gott. Yay. Kann ich... Na, okay. So weit runter ist meine HP noch nicht, dass ich da noch nachfüllen müsste, dass da Nachfüllbedarf wäre. Holy shit, was ist das denn? Okay, die ist runtergefallen offensichtlich. Sieht sehr stabil aus, wie sie da liegt. Sehr gut gesichert, Jungs. Muss ich hier runter oder muss ich hoch, ist jetzt die Frage. Sieht eher aus wie runter. Holy shit. Die Frage hat sich gerade erledigt. Wo geht's hier denn unten lang? Was haben wir denn hier noch? Noch mehr essen. Jetzt wird's unheimlich. Und hier war mal ein Ring drin. Könnte ich schwören. Ach, das war wahrscheinlich der. Okay. Gut. Ich komme mich gar nicht lang. Achso. Hm. Solange mich hier keine Wache verfolgt, ist alles gut. Mache ich hier auch ein bisschen Tomb Raider Action, Kletter Action und so. Muss ich jetzt da unten lang? Ah, eine Mondlume. Es gibt hier so viel. Das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Und macht mir auch ein bisschen Angst, wenn ich gestehen darf. Dann komme ich da. Dankeschön. Das ist sehr nett. Vor allem teilweise sind die Sachen hier auch einfach schon geplündert. Das würde aber auch Sinn machen, da das ja schon seit einer ganzen Weile leer steht. So von der Logik her. Die Blümchen wachsen hier überall. Auf Holz, ohne Boden. Finde ich auch sehr interessant. Aber wer erwartet hier noch Logik? Ich nicht. Nein, nein, nein. Komm. Gib ihn beiseite. Okay. Bye, bye. Was war das für ein Aufzug? Zum Bergfried oder was? Ich habe irgendwie die Zweifel, dass wir Aaron tatsächlich noch retten können, lebend. Irgendwie. Sei mir nicht böse, Garrett. Scheint mir das nicht realistisch. Warte mal, warte mal. Ich hätte nur noch zwei. Ich hätte wirklich, wirklich einkaufen gehen sollen. Das ärgert mich gerade. Ich Idiot. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir gehen hier runter. Oh. Speichern. Ich habe etwas gehört. Nein. Geh da rein. Geh da rein. Hey! Wer ist da draußen? Niemand. Niemand. Mal eben was trinken. Na? Das macht nichts. Ich glaube, ich glaube, er möchte mich nicht. Ich nehme die Flasche mal weg. Ich habe mir ein letztes Geschoss irgendwie verworfen. Ja, das hört jetzt auch. Ich habe dir gerne geholfen. Das ist viel billiger als Aspirin. Ähm. Danke. Oh, ich muss runter. Ganz offensichtlich. Holy shit. Und wie weit runter? Das kann doch nicht. Muss ich dafür den Aufzug benutzen? Oder gibt es da vielleicht auch noch einen anderen Weg? Wer kommt wieder? Dem werde ich auch gleich K.O. hauen. Respekt an alle Leute. Oh Gott, kommt der hier? Nein. Respekt an alle Leute, die das schaffen, ohne überhaupt jemanden zu verletzen oder entdeckt zu werden. Holy shit. Ich könnte das nicht. Ja, ich kann das nicht, wie man hier sieht. Mir ist es lieber, die sind aus dem Weg und ich muss mir keine Sorgen machen, dass mich gleich jemand von hinten irgendwie anfällt. Oh, was ist denn das? Oh. Ups. Hallo? Okay, wieso auch immer. Wie laut. Und kamen wir nicht von hier? Ja, aber ich will doch noch gar nicht. Ich will doch, ähm... Vor allem, wo siehst du diesen Versorgungsauszug? Ich verstehe gerade nicht, woher er diese Information nimmt. Ich sehe hier keinen Aufzug. Ich sehe höchstens so eine komische Statue. Dann kann es sein, dass es eine Alternative gewesen wäre, hierher zu kommen. Da oben liegt was. Da würde ich gerne hin. Ich darf hier nicht hoch. Da darf ich auch nicht hoch. Das Boot, wie komme ich da hoch? Ich schaue dir sonst außer mir keiner zu sein. Oh. Stell dir mal vor, der Dietrich wäre nicht unkaputtbar. Du müsstest dir immer welche nachholen. Das wäre dann noch so... Das wäre dann noch mal ein Tick nerviger. Oh, jetzt kann ich auch mal was essen. Yay. So, irgendwie speichern. Muss ich doch da hochkommen. Hier. Und dann hier rüber. Und dann nehme ich mir das. Yay. Ich glaube, ich habe die 9000 nicht zusammengespart, bis dieses Spiel nicht vorbei ist. Was irgendwie traurig wäre, aber na gut. Hm. Wo hat er denn jetzt den Versorgungsaufzug gesehen? Ich glaube, irgendwas läuft hier schief. Irgendwie... Ich sehe hier auch keinen Seilfeil. Ich könnte hier nicht nach oben. Das war irgendwie... Hm. Komisch. Das war komisch. Nein. Nein. Dafür habe ich keine Zeit. Eben. Mach weiter deine Arbeit. Wo ist der denn? Ist der da oben? Upsi. Hm. Niemand entkommt den Götzen der Dämmerung. Hier komme ich auch runter. Ich nehme mir nur mal das, was hier so blinkt. Ich habe mich absolut keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Das sieht mir auch nach einem... Nach keinem Weg aus. Nein. Das, äh... Nein. Doch, da könnte ich hoch. Dann komme ich wieder da hin. Was will ich hier? Da ist doch auch gerade jemand gelaufen. Oh, ja. Da war ein schönes Lied. Okay. Guck, guck. Sobald der zurückläuft, mache ich ihn... Mache ich ihn platt. Oder ich fahre hier runter. Ach, come on. Das ist jetzt ein Scherz. Okay. Dann geht es da offensichtlich nicht lang. Ha. Ich weiß, dass ich an den Seilen lang kann. Und da stand auch jetzt gerade einer. Das müsste ich aber mal vor... Ach, da ist einer. Guckt der jetzt in meine Richtung? Oh. Ich wusste gar nicht, dass der sich auch bewegt. Oh. Oh, da ist ja noch einer. Huch. Der bleibt da auch stehen, wa? Eiskalt. Der sieht mich doch. Der ist doch so leicht schräg hier. Ich muss schlafen. Hierher. Und ich glaube, der läuft auch nicht weg. Vielleicht, wenn ich... Moment. Ich sollte ich vorher speichern. Die Schwermut ist überall. Nein. Nein. Toll. Hm. Ich würde gerne hinter ihn irgendwie was schießen. Er guckt genau meine Richtung, sieht mich aber nicht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schieße in so einen stumpfen Pfeil im Kopf. Oh. Er geht. Er geht. Er fucking geht. Ist mir so egal, dass der da gerade hinter mir hockt irgendwo. Der ist der Nächste. Okay. Nein. Ahaha. Ähm. Weißt du was? Hier. Ich mach das Blatt. Komm. 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 Und noch einmal. Und hier nochmal. Richtig oben drauf. Und. Da oben und. Und. Boom. Okay. Das habe ich auch noch nie beobachtet. Nicht ich. Auf jeden Fall. Scheiße. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Kann ich mich unter dem Tisch verstecken? Shit. Ich bin bei dir, Bruder. Shh. 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 Der hat dem auch hier rausgeflogen sein. Ja. Halt die Schatten auf. Der ist schon ganz weit weg, der junge Herr. Ich habe ihn selber flüchten sehen ums Eck. Die suchen mich doch immer noch. Speichern mal kurz. Hallo? Wie sind die überhaupt hierher gekommen? Wo ist der? Hallo? Ich würde gern. Danke. Hier war irgendwo auch noch ein Zettel. Nehme das jetzt einfach. Schmugglerbrief. Harry. Ich habe die. Harry vor allem. Ich habe die Ausrüstung da unten in dem verdammten Loch verstaut. Aber weiter gehe ich nicht rein. In dieser alten Ruine gibt es nur Gesinne, das mich aber gar nicht beachtet hat. Ah. Ich habe schon... Ja, ich weiß schon. Diesel habe ich mitgenommen, falls du dich fragst. Wir treffen uns morgen an der Mole. In der Mole. Okay. Alter. Ich will da nicht runter. Ich will da sowas von nicht runter. Ich refuse da runter zu gehen. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich glaube nicht. Oh. Das nehme ich mir mit. Würde ich gern. Hat sich, glaube ich, erledigt. Nein? Okay. Dann eben nicht. Äh. Scheiß Vogel, Mann. So. Ach, hier hätte ich hochgekommen vielleicht. Nein. Hier? Nein. Are you shitting me? Wieso bin ich jetzt hier... Achter. Hm. Das ist mein netter Seilfall. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich mache jetzt keine dummen Sachen. Wie hätte ich denn sonst hier hochkommen sollen? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich hier soll. Äh. Mannu. Da ist auch noch ein Seil. Hm. Ich glaube, da hätte ich auch lang gekonnt. Wie auch immer ich da hingekommen wäre. Hier rüber kann ich irgendwie nicht. Ah. Okay. Okay. Das kommt als nächstes. Speichern wir. Yippie. Und ich schätze, hier kann ich runter. Yes. Sieht gut aus. Are you shitting me? Ich glaube es nicht. Oh. Garrett. Das ist echt. Aaron. Na, na. Da, na. Loose. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020